Spendenrekord. Die Aktion Mitmachen Ehrensache in Ludwigsburg hat ihr bisher erfolgreichstes Aktionsjahr abgeschlossen. Fast 400 Jugendliche haben insgesamt mehr als 11.000 Euro aufgebracht. Dafür hatten sie im Dezember einen Tag lang gearbeitet und auf ihren Lohn verzichtet. Die Spenden gehen jetzt an zwei Jugendhilfsorganisationen vor Ort und eine im afrikanischen Burkina Faso.